Musik 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 Oh alter Adl, und Ihre Durchlaucht, diese Fürstin von Wetterstein, empfängt erst um 5 Uhr zum Tee. Zum Tee. Fürstin Wetterstein. Musik Wir stehen unter Denkmalschutz. Haben Sie den an die Waffenkammer mit den Folterinstrumenten aus dem Dreißigjährigen Krieg gesehen? Keine Ahnung. Alles Fack! War doch das verräterische Alles Fack, was man schürt, beseitigen wollte! Ein widerliches Geschmeiß! Ich war keine Kingetangelöse. Ach, was soll ich das sagen? Ich war eine Diva. Ach ja? Seit dem 16. Jahrhundert in Familienbesitz. Also, das darf nicht zerstört werden. Und Sie müssen mir dabei helfen, dass es nicht zerstört wird. Musik Glaubst du eigentlich, dass das Ganze überhaupt noch einen Sinn hat? Unter uns. Lang schon immer. Unser Führer und oberster Feldherr, Adolf Hitler, lebt nicht mehr. Heilige Mutter von der Brötzer Gäste. Schöne Trauermusik. Den Mephisto-Walze. Doch, das ist das Ende. Geben Sie es auf, Herr Hauptmann. Und du Scheißkerl, hast das angezettelt. Die Damen von Königswald haben das getan. Schauzeig, lass dich festnehmen und erschießen, auf der Stelle. Du steckst doch mit diesen Adelsschabracken unter einer Decke. Hakt einrichten aufs Schloss! Die richten die Kanone direkt aufs Schloss. Die zielen tatsächlich aufs Schloss. Was? Auf unser Schloss? Das Ultimatum. Ultimatum? Wurde schon jemand erschossen? Boah! Ja, sind das denn wirklich... Meine Damen, schnell hinlegen, mit dem Gäste nach unten. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind! Schmatz schießen, ich bin die Baube! So, meine Damen, das war's! Wer war das? Die Rote Armee. Was haben Sie gesagt? Haltet durch, Mädel, wir kommen. Jetzt sind wir... Es sind die Amerikaner, ich habe sie selbst gesehen. Ich glaube erst an die Amerikaner, wenn ich ein Neger geschehen habe. Entschuldige Erbarmung! Ich habe gehört, Neger können ihr Blut nicht beherrschen. Das ist die Strasbourg-Slav-Lie-Projekt-Nos-Lie-Klas-Lie-Armier. Oh, du hast von Darmlichkeit! Sie sind doch die Amerikaner! So? Welcome to the glorious, victorious American Army! And when the saints... Go marching in! Oh! Halt die Strasbourg! Oh, du hast von Darmlichkeit! Ich empfange nur zum Tee! Zum Fünfuhr-Tee, Monsieur! Germany K.O. Deutschland kaputt! Nazis kaputt! Hitler kaputt! Geronimo! Hey, nice souvenir! Yes, yes, it's very nice souvenir! Ah, thank you! Tchaikovsky, it's beautiful! Tchaikovsky, Bach, Rosa und Beethoven! Das ist eben europäische Kultur! Na und die Wiener Operette ist das vielleicht gar nicht! Oh, my favorite lovely boy! Really! I like Jessie! Ich bin schon immer gegen den Rassismus gewesen! Ja, die Volunteer K piedsmesinek, gegen die Wiener Glockenzeiger! Glockenzeiger! J korfaat! J korfaat! Beste-, J korfaat! Och... Vielen Dank.